Der neue Audi Q3 bleibt sich optisch weitestgehend treu, wächst aber spürbar und wechselt zum modularen Querbaukasten. Mit der aktuellen Infotainment-Generation, modernen Assistenzsystemen und einem zeitgemäßen Bedienkonzept wird der Ingolstädter digital. Zudem soll der Wagen eine halbe Nummer größer werden, mehr Platz und Ausstattung bieten. Während die Dreizylindermotoren außen vor bleiben, plant Audi zwei sportliche Fünfzylinder-Modelle. Den 340 PS starken SQ3 und eine RS-Version mit 400 PS. Der kräftigste 2-Liter-Benziner bringt es künftig auf beachtliche 252 PS. Die Leistung des Top-Diesels klettert von 184 auf 204 PS. Ebenfalls als gesetzt gilt der Plug-in-Hybrid mit dem optimierten Hybridantrieb aus dem Konzernbaukasten. Ab 2018 ist der Q3 im Handel.